Ja, was auch immer du dir gerade für dein Leben wünschst und wo du vielleicht gerade dich anzweifelst für, vielleicht sogar dich wieder bestraft und fertig machst und wieder so, ja, dich in diese alte Box hineinbegibst, wo du dich, ja, mit dir selbst traurig fühlst und von deiner Lebendigkeit getrennt, lass dir durch diesen Film sagen, es ist möglich und es braucht sehr viel Mut, dich etwas anzuvertrauen, wo du vielleicht gelernt hast, dich mehr dagegen zu stellen und weiterhin zu kontrollieren, deinen Partner, dein Geldkonto, deine finanzielle Situation, die Beziehung zu deinem Partner und was auch immer. Und es gibt Möglichkeiten, das ist keine, das ist kein Gerede, es gibt Möglichkeiten, dich für etwas zu öffnen und dahin möchte dich der Spirit leiten, dein Herz möchte dich dahin führen. Und dahin möchten wir dich begleiten und besonders Paare in diesem heiligen Ort, von dem ihr euch irgendwann einmal getrennt habt. Aus irgendwelchen Konditionierungen, aus irgendwelchen Dingen ist auch gar nicht so wichtig, woher das kommt. Die Frage ist, spürst du in dir diesen Impuls, jetzt daran etwas zu verändern und dich darin begleiten zu lassen, von Herz zu Herz, aus diesem Bewusstsein, du bist Liebe und du hast alles verdient und du weißt es, tief in deinem Inneren kannst du das spüren, dass du einen Auftrag hast, eine Bestimmung, die nur du leben kannst und was auch immer im Augenblick vielleicht sich da vorgestellt hat, es ist möglich, das manchmal auch wirklich mit Hilfe von außen klarer zu kriegen und diesen Spiegel wieder klar zu haben, dein klares Wesen zu sehen und aus dem heraus zu schauen, wo geht es für dich lang, was ist deine Wahrheit und was möchtest du wirklich leben, was möchtet ihr gemeinsam leben. Okay, und jetzt sage ich Tschüss.